Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Also Leichen haben in Filmen schon relativ vieles gemacht. Einfach nur stinkend vor sich hin faulen oder stinkend vor sich hin faulend aus dem Grab wieder aufzustehen und Leuten das Gehirn abzusaugen. Aber eines habe ich tatsächlich relativ selten von einem Toten in einem Film gehört, das ja plötzlich zu lachen anfängt. Und okay, ich kenne natürlich die andere Seite von diesem Effekt, dass man sich beim Anschauen einfach einen weglachen muss, weil man den Film auslacht. Aber es ist ja auch hier nicht die Aus-Larving-Dead, sondern die Toten scheinen hier selbst zu lachen. Sie durften damals übrigens sogar auch schon auf der alten deutschen Videokassette lachen, wo der Film mit SpioJK über ISV veröffentlicht wurde und dabei umgeschnitten war und dann später als DVD sogar auch über Dragon auf DVD ausgewertet wurde. Aber eine deutsche High Definition Auswertung gibt es natürlich bei diesem relativ unbekannten und obskuren Filmchen noch nicht. Aber wenn wir an unbekannte und obskure Filmchen denken, dann schießt uns natürlich auch sofort der Name Vinegar Syndrome ein. Und die haben sich jetzt um den Film The Laughing Dead bemüht, haben das Ganze auch, finde ich, mit einem sehr schönen neuen gezeichneten Cover-Artwork. So ein kleines bisschen fast im Stranger-Things-Look, wenn man mich fragt, mit diesem Titelschriftzug hier gemacht. Finde auch sehr schön, wie man eben wieder mit diesem nach außen geprägten und mit partiellem Glanzlack veredelten Titelschriftzug gearbeitet hat. Dass man dann eben hier auch noch einige andere Elemente von den, also ganz ehrlich, Fülllochen tun die aber auch nicht, Toten hat. Und beziehungsweise dann hier auf dem Backcover, nachdem auch der Spine sehr schön eben glänzt, dann noch ein weiteres Design-Element hat, wo ganz offensichtlich irgendeinem von diesen Toten durchs Lachen der Schädel platzt. Oder irgendwie sowas. Auch hier haben wir natürlich ein bisschen partiellen Glanzlack bei dem Text unten. Das Ganze hier schön gezeichnet, eben im selben Stil wie das eigentliche Frontcover. Aber, was ich bereits beim ersten Mal Auspacken entdeckt habe, ist die Tatsache, dass wir hier einerseits dasselbe Cover-Artwork auf dem Schuber wie auf dem Keepcase vorfinden, nur mit einer klitzekleinen Kleinigkeit. Die Dame wurde auf dem Keepcase-Cover angezogen. So ähnlich wie das eben damals gemacht wurde bei den Pornaschi-Filmen, kann ich aber definitiv erklären, denn diese Schuber gibt es exklusiv bei Vinegar Syndrome direkt zu kaufen. Und offensichtlich wollte man, weil man ja eben die Standard-Keepcases dann auch irgendwann mal über Amazon beziehungsweise andere Geschäftsseiten bekommt, durfte man hier in Amerika natürlich keine Nacketeis drauf haben auf dem Cover. Das macht ja auch durchaus Sinn. Was ich ebenfalls genial finde, ist, dass The Laughing Dead sogar in 4K restauriert wurde, auf Basis von einer Abtastung vom Original-Kamera-Negativ. Und das ist halt natürlich etwas, das ich persönlich bei den Vinegar Syndrome-Titeln am meisten schätze. Diese Liebe, die da drinnen steckt und diese extreme, aufopfernde Bearbeitung und Überarbeitung von den Titeln, das ist ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn ist übrigens auch dieses Motiv, das damals, glaube ich, auch das alte deutsche VHS-Cover-Artwork von diesem Film war, aber für mich persönlich natürlich nicht einmal ein Bruchteil, der Awesomeness hat, wie hier eben. Dann das eigentliche Keepcase-Cover, das ist ein wirklich, wirklich wunderschönes Teil und ein Release, über den ich mich persönlich sehr, sehr freue. Vielen Dank.